So, hi und hallo mal wieder. Heute öffnen wir wieder ein paar Magitex Extra Booster und zwar zwei Stück, aber die 10er Tüten. Und was da jetzt drinnen stecken kann, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Und ihr kennt ja meinen Trick, was ich immer sage, wenn die Karten länger genießen wollt, immer wieder auf Pause drücken. Doppelkarte, eine Transparente, die immer auf das Stadion gehört, ich weiß es mittlerweile. Verbotene Stadtkarte. Und wo ihr die bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer unter dem Video verlinken. Hier ist der richtige Verein, wie ich es finde. So, zweite 10er Booster, Tütchen. Auch wieder eine Doppelkarte. Transparente oder eine Stadionkarte, die man da drauf macht. Ach, wieder eine verbotene Stadtkarte. Und die zehnte. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder zeigen, was da drinnen stecken kann. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.